Also, wir machen so ein krasses Battle-Plakat. Da sind dann Ausrufezeichen und Blitze und Totenköpfe und alles explodiert. Aber ich fände es auch cool, wenn es einen Goldfisch gibt auf dem Plakat. Der explodiert. Der explodiert und dann kommen da ganz viele goldige Funken aus, weil wir so viele goldige Poetinnen haben. Und die Funken, die kommen aber auch aus der Ecke, wo die Scheinwerfer sind. Und dann gibt es da so eine Box. Das ist quasi die Bühne. Auch noch so Regenbögen an den Rand, weil wir so ein buntes Line-up haben. Aber eigentlich sind die Regenbögen der Rand von einem Boxring. Ja, das ist... Und, 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 und... In der einen Ecke steht so Lyrik und in der anderen Ecke steht Prosa. Und in der Mitte steht ein Einhorn, weil wir unser Pferderennen diesmal noch ein bisschen aufpeppen. Und es ist auf jeden Fall magischer. Wir machen kein Einhornrennen. Ja, aber es ist magischer. Aber die können das alle nicht. Ja, aber Einhorn. Nein, aber doch nicht so. Sondern so. Sondern so.